Schmale Gebote haben bei Bares für Rares schon so manchen Kandidaten zur Verzweiflung gebracht. Eine resolute Rentnerin lässt sich davon nicht entmutigen und zieht den Händler das Geld aus der Tasche. Das Ding macht richtig Krawall, lautet das erste Urteil von Moderator Horst Lichter, 62. Ihm gegenüber steht Ilse Wolowski. Die 79-Jährige hat eine alte Drehorgel mit in das Pullheimer Walzwerk gebracht, die sie gern verkaufen möchte. Im Gespräch mit dem ehemaligen TV-Koch verrät die Dame aus Giffhorn mehr über die Herkunft ihres Mitbringsels und erklärt, Die habe ich 1988 von meinem Schwiegervater geerbt. Satte 30 Jahre lang befand sich das gute Stück nun in ihrem Besitz. Experte Detlef Kümmel nimmt den Stimmungsmacher anschließend genau unter die Lupe. Es gibt viele Unterschiede bei Drehorgeln, betont der 56-Jährige. Der hier vor ihm stehende Kasten sei um 1900 aus Weichholz gefertigt worden. Ein Aufkleber im Inneren der Drehorgel offenbart den Hersteller, Fritz Lohs aus Nürnberg. Durchaus ein bekannter Name in der Branche. Eine Rarität schwärmt Kümmel, als er die Walze aus Metall und den Blasebalk untersucht. Was den möglichen Verkaufspreis betrifft, da hat die Besitzerin genaue Vorstellungen im Gepäck. 1000 Euro müssen schon drin sein, stellt Ilse selbstbewusst klar. Kümmel lobt den guten Zustand der Orgel und erhöht sogar auf 3000 bis 3500 Euro. Wahnsinn! Wolowski kann ihr Glück kaum fassen. Ihr lapidarer Kommentar zu dieser phänomenalen Expertise lautet schlicht. Biste verrückt? Freudestrahlend nimmt sie von Lichter die Händlerkarte entgegen. Im Angesicht der potenziellen Käufer wartet jedoch zunächst ein herber Dämpfer auf die 79-jährige Niedersächsen. Markus Wildhagen, 58, startet mit einem Gebot von 300 Euro in die Verhandlungen. Die Rentnerin empfindet dies geradezu als Affront und quittiert die Summe bloß mit einem energischen Kopfschütteln. Ihre Mine erhält sich auch nicht, als Daniel Mayer, 51, kurz darauf auf 600 Euro erhöht. Erst bei 2000 Euro, in den Raum geworfen von Julian Schmitz-Avila, 38, zeigt sich Ilse ein bisschen gesprächsbereit, macht aber sofort deutlich. Da müssen sie aber schon noch was drauflegen. Geradezu eingeschüchtert von der resoluten Verkaufstaktik bessert Mayer sein Angebot noch einmal nach. Er ist bereit, 2200 Euro für die Drehorgel zu zahlen. Die Giffhornerin ist einverstanden und stimmt dem Deal zu. Ihr Fazit? Ein tolles Gefühl.